Protected Networks GmbH, 25. November 2014 10.15 Uhr Cyberkriminalität schwächt das Gesundheitssystem Berlin, Kliniken, Ärzte, Versicherungen und Behörden müssen handeln Fehlende Sicherheitsvorkehrungen begünstigen Diebstahl und Missbrauch von Patientendaten Das deutsche Gesundheitssystem ist durch Cyberkriminalität starke schwächt Die Sicherheit von Kranken- oder Patientendaten nicht voll auf Gewährleistet Das befürchten die IT-Sicherheitsexperten der Protected Networks GmbH Erschreckend sei vor allem, wie leicht es ist, die Daten zu entwenden Das weist auch ein Selbstversuch der Rheinischen Post im Sommer 2014 nach Berichtet wird über ein Experiment, Daten eines Dritten von der Krankenkasse zu erfahren Alarmierendes Ergebnis, es genügten nur wenige Informationen Beispielsweise das Geburtsdatum des betreffenden Dritten, um das Gewünschte über ihn zu erfahren Mehr Überblick, mehr Sicherheit von innen Die Berliner Protected Networks GmbH bietet mit der Berechtigungsmanagement-Technologie 8 MAN Unterstützung für das Gesundheitssystem Die Technologie visualisiert und organisiert Zugriffsrechte auf sensible Daten in Echtzeit Damit macht sie jede einzelne Handlung und Bewegung in den digitalen Informationen auf einen Blick grafisch sichtbar Durch die laufende Dokumentation sind alle Datenbewegungen sehr leicht nachvollziehbar Auch werden mögliche Schwachstellen aufgezeigt So können Ärzte, Versicherungen und offizielle Stellen auch in einem fast vollständig digitalisierten Gesundheitssystem Die sensiblen privaten Daten verlässlich und effizient sichern Wie in einem Banktresor Pressekontakt Protected Networks GmbH Oliver Adegunle Altmoa B73 10555 Berlin Deutschland Deutschland